Hallo Freunde, ich liebe Fußball und was ist mit euch? Dann registriert euch und euer Team schnell für das Projekt 3 zu 0 für Deutsch. Ab Silankic gehört der Institut Litauen Fußballpien. Werdet Eind out der Fußballwelt und dann spielen Deutsch. Prieš registruojant komandą nereikia pasitarti su gyditoju ar vaistininku. Te reikia mokėti bent tris vokiškus žodžius bei suburti pačią šauniausią klasės komandą. Die beste Mannschaft gewin mein Triko.